Hi, ich heiße Alpi. Ich habe hier Lego Spinner. Das ist mega cool. Jetzt möchte ich euch sagen, wie du das baut. Mache ich das alles weg. So viel brauchen wir. Dann machen wir erst mal das hier, das da, das da, so. Dann kommt das hier und dann das hier. Dann machen wir das hier, das hier und das hier. So. Und jetzt kommt das letzte. Das hier genau. Machen wir das da drin. Das da drin. Und dann ist unsere Dacosta fertig. Warte, es muss noch ein bisschen fester werden. Jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.